Der New Faces Awards Style war das Highlight kurz vor der Bambi-Verleihung. Egal ob Kathi Hummels, Stefanie Giesinger, Bonnie Strange oder Jella Hase, das In-Event von Bunte im Berliner Club The Grand wollte sich niemand entgehen lassen. Genauso wenig Gülcan Kams, die flippige Moderatorin trug ein rotes Spitzenkleid von Katja Convents. Doch irgendwas stimmte an ihrem Look nicht ganz. Richtig, sie hat Kratzer am Schienbein. Wo die wohl herkommen? Ich saß gerade beim Essen und ich habe das Gefühl, irgendwas ist an meinem Bein hochgekrabbelt. Als wäre da irgendwie ein Käfer oder eine Spinne hochgekrabbelt eben. Jetzt sehe ich das selber und dann habe ich so gekratzt vor Schreck, dass das jetzt so aussieht. Ja, weil ich habe sehr lange Nägel und wenn man da, sage ich mal, an der Haut kratzt, es hat mich eben gekribbelt. Also ich glaube, mir ist eben eine Spinne am Bein hochgelaufen und vor Schreck habe ich dann so gekratzt, deswegen sehe ich so aus. Aber... Was ist ein Horror? Hast du Angst vor Spinnen? Ich würde durchdringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe keine Angst vor Spinnen und ich tue immer so cool und total entspannt, aber wenn ich die dann sehe, gucke ich so. Und atme kaum. Also ich habe schon das Gefühl, dass es doch eher eine kleine Angst irgendwo gibt. Also bei kleinen Spinnen geht es, aber ich hatte das Gefühl, mir ist gerade eine Vogelspinne irgendwo hochgelaufen. Nun, wo Gülcan Kamps schon auf Tuchfühlung mit einer Spinne war, drängt sich bei uns natürlich sofort die Frage auf, ob sich die 34-Jährige vorstellen könnte, auch mal im Dschungelcamp vorbeizuschauen. Also ich glaube, fast jeder Künstler und Moderator, Schauspieler, Sänger in Deutschland hat wahrscheinlich schon mal einen Brief bekommen, ob man dann nicht gerne am Dschungelcamp teilnehmen möchte und ich kann mir das so nicht vorstellen. Also ich bin da kein Fan von. Ich bin auch nicht unbedingt jemand, der das jeden Tag schaut. Ich muss dazu sagen, manchmal schaut man unter Zugzwang mit, weil eine ganze Gruppe von Freunden oder so sich dann wirklich abends dazu trifft und das schaut, weil es eine Art Event ist. Aber mir ist das einfach zu krass. Mir geht das einfach einen Schritt zu weit. Schade, denn wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass Gülcan mit ihrer aufgeschlossenen und sympathischen Art den Laden ordentlich aufmischen würde.